Deutsche Sondengänger-Union Kaum ist der Winter vorbei und die Sonne scheint, ist Max schon auf einem Acker und will seinen neuen Metalldetektor ausprobieren. Er sondelt hin und er sondelt her und findet neben einem Haufen Schrott noch ein paar Münzen. Max hat richtig Spaß beim Suchen, doch plötzlich erscheint die Meckerliese. Die Meckerliese schreit laut herum und ist der Meinung, das Suchen mit dem Metalldetektor sei ja verboten. Das lässt den Max aber ganz kalt und er holt aus seiner Hosentasche den Flyer Informationen zum Sondengehen hervor. In diesem Flyer der Deutschen Sondengänger-Union gibt es Informationen rund um das Thema Sondengehen. Kaum hat die Meckerliese das gelesen, verschwindet sie auch wieder. Doch schickt die alte Spaßbremse bei Max noch die Polizei vorbei. Auch der Polizist ließ die Informationen aus dem Flyer. Danach wünscht er dem Max einen schönen Tag und gut Fund. Endlich hat der Max wieder freie Bahn und kann ungestört weiter nach seinen Schätzen suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal.